Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Abgeordnete Berninger, Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren der demokratischen Fraktion, Herr Grob. Ich habe schon mal so einen Wesenstest durchgeführt mit meinem Hund, Bella, die jetzt leider nicht mehr da ist. Und zwar Anlass war der damalige Gesetzentwurf von Innenminister Huber, der auch große und schwere Hunde zu gefährlichen Hunden erklären lassen wollte. Und meines Wissens 2012 hat dann das damals noch CDU-geführte Innenministerium eine Wesenstestverordnung herausgegeben. Also es gibt eine richtige Verordnung, wo drinsteht, wie so ein Wesenstest durchgeführt werden soll. Das Ergebnis des Wesenstests mit meiner Bella war damals, die ist eigentlich ein Schaf. Herr Tam, ist er noch da? Herr Tam hat uns ja unterstellt, wir hätten des Änderungsantrags der CDU-Fraktion vom 20. September bedürft, um unsere Regelung aufzuschreiben, dass wir die Rasseliste abschaffen. Es hätte ein bisschen Stöbern in der Parlamentsdokumentation vielleicht geholfen. Wir haben am 24.09.2010 bereits, hat die Fraktion Die Linke hier im Thüringer Landtag einen Antrag vorgelegt, der Eckpunkte für ein Gesetz zum Schutz der Thüringer Bevölkerung vor Tiergefahren vorsah. Und indem wir schon damals Hunde für gefährlich erklären wollten, die aufgrund ihres Verhaltens, also gefährlichen Verhaltensweisen an den Tag legen. Wir haben dann, als das Gesetz galt, im Juni 2011 ist ja das Tiergefahrengesetz in Kraft verabschiedet worden, im September in Kraft getreten. Am 6. August 2012, Herr Tam, haben wir einen Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren vorgelegt, indem wir auch wieder die Gefährlichkeit von Hunden an ihrem Verhalten festmachen wollten. Also wir waren nicht auf Ihren Änderungsantrag angewiesen, um aufzuschreiben, wie wir das jetzige Gesetz verändern wollen. Meine Damen und Herren, was lange währt, wird endlich gut. Es ist jetzt fast acht Jahre her, dass dieser schlimme Vorfall in Oldesleben passiert ist, bei dem ein dreijähriges Mädchen von vier Hunden totgebissen wurde. Das hat ganz großes Erschrecken hervorgerufen und hat dann auch zu einer Debatte um die Gefahren, die von Hunden ausgehen können, geführt, die nicht immer von Objektivität geprägt war. Also es war sehr viel Angst, sehr viel Unkenntnis, sehr viel Entsetzen, was diese Debatte geprägt hat. Und zwar nicht nur in der politischen Landschaft, auch in den Medien, muss man sagen. Das hat zu einer Stimmung geführt, die dann eben quasi dazu geführt hat, dass ein solches Gesetz auf den Weg gebracht wurde, wie wir es jetzt seit 2011 hatten. Wir haben 2010 und 2011 umfangreiche Anhörungsverfahren auch zu den vorliegenden Gesetzentwürfen durchgeführt. Damals hatte ja die CDU-Fraktion schon das von Minister Huber vorgelegte Gesetz nach der ersten Anhörung in einer veränderten Variante vorgelegt. Da gab es dann wieder eine Anhörung dazu, mündlich und schriftlich. Und schon damals, 2010 und 2011, waren sich nahezu alle Expertinnen und Experten einig. Dass eine Halterkunde der bessere Weg ist, um Gefahren vorzubeugen, die von Hunden ausgehen können. Halterkunde statt Rasseliste ist seit mehreren Jahren der Slogan, den zum Beispiel auch die Soka-Freunde Thüringen haben. Weil die meinen, erst kennenlernen den Hund, dann urteilen. Und wenn man sich einen Hund hält, dann muss man den eben auch kundig ausbilden und erziehen und halten. Im Frühjahr 2017 hat dann als Auftrag aus dem Koalitionsvertrag sozusagen das Innenministerium sich mit der Sache befasst. Also nicht erst im Frühjahr 2017, aber das Ergebnis war dann im Frühjahr 2017 ein Gesetzentwurf der Landesregierung, der die Rasseliste zwar noch vorsah, allerdings die Gefährlichkeit per Wesenstest zu widerlegen ermöglichen sollte. Ich habe in der Debatte damals schon, also im April glaube ich war das 2017, unter anderem anhand der aktuellen Beißstatistik nachgewiesen, dass statistische Zahlen nicht dazu führen, dass man zu der Erkenntnis kommt, vier bestimmte Hunderassen seien die per se besonders gefährlichen. Ich habe das damals ein bisschen überspitzt dargestellt. Der Schäferhund hatte in 2015 achtmal so oft leichte oder schwere Verletzungen hervorgerufen, wie alle Hunde, 659 waren das 2015, der als gefährlich verrufenden Rassen. Ich bin sehr dankbar, dass es mit den Koalitionsfraktionen gelungen ist, diesen Prozess nochmal in Gang zu setzen, den Herr Adams in der Berichterstattung beschrieben hat, dass wir uns nochmal sehr ausführlich mit Expertinnen und Experten unterhalten haben, nicht nur in den Innenausschusssitzungen, sondern eben auch daneben noch bei Beratungsgesprächen und so weiter. Das Ergebnis, was uns jetzt vorliegt, ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss, die das Gesetz dergestalt ändern will, dass die Rasseliste endlich gestrichen wird und dass wir die Gefährlichkeit von Hunden anhand ihres Verhaltens festmachen wollen. Wir finden diese veränderte Regelung in § 3 Absatz 2. Wir haben da, das können wir ganz freimütig zugeben, auch ein bisschen in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein abgeschrieben. Warum soll man neue Formulierungen erfinden, wenn sie woanders schon gut stehen? Und ich habe auch im Nachhinein nach diesem Entschluss im Innenausschuss noch mit Leuten gesprochen. Ich spreche ja nicht nur mit Hundehalterinnen und Hundefreundinnen, sondern auch mit Menschen, die skeptisch gegenüber Hunden sind. Und natürlich wird dort die Sorge geäußert, dass man jetzt warten muss, bis etwas passiert ist. Und wir haben das natürlich auch diskutiert in unseren innenpolitischen Runden. Und wir haben dafür präventive Regelungen ins Gesetz reingeschrieben. Und dass der AfD-Abgeordnete hier sagt, das sei nicht ausreichend und gäbe, ist nicht das Beleg ganz eindeutig, dass er sich quasi an den Debatten nicht beteiligt hat. Noch am 24. August zur mündlichen Anhörung hat der Abgeordnete Henke für die AfD erklärt, der Gesetzentwurf der Landesregierung damals zur Änderung des Gesetzes sei überflüssig wie ein Kopf. Und er wollte das Gesetz mit der Rasseliste beibehalten. Dass sich jetzt der Wind gedreht hat, das merkt man an der Rede, die er heute gehalten hat. Aber inhaltlich war da nicht viel zu holen. Wir haben nun einen Mix, eben die Gefährlichkeit eines Hundes wird an seinem Verhalten festgemacht. Und wir haben natürlich auch vorbeugende Regelungen drin. Einmal in § 5 Absatz 4, dort steht, dass die Behörde tätig werden kann, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass die Haltung des Hundes geeignet ist, ihn gefährlich werden zu lassen. Da hat die Behörde die Möglichkeit, einen Sachkundenachweis anzuordnen. Darüber hinaus steht in § 8 Absatz 1, und das war in der Regelung des vorherigen, des jetzt geltenden Gesetzes auch schon ähnlich, wenn es Anhaltspunkte für die Behörde gibt, dass ein Hund Verhaltensweisen an den Tag legen, die dem Verdacht nahe legen, dass er gefährlich ist, dass die Behörde einen Wesenstest anordnen kann. Und die dritte Möglichkeit, die hat Dirk Adams gerade eben schon erwähnt, ist die in § 5 Absatz 5 formulierte Regelung, die es den Gemeinden ermöglicht, Hundehalterinnen, die einen Sachkundenachweis vorlegen, die Hundesteuer zu ermäßigen. Wir wissen, dass das eine Regelung ist, die die Gemeinden ganz freiwillig im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung machen. Aber das ist einmal von uns als Gesetzgeber, finde ich, ein gutes Zeichen und ein Appell an die Verantwortung der Hundehalterinnen und Hundehalter und eben auch ein Zeichen an die Gemeinden, dass sie in dieser Entscheidung frei sind und nicht ein Rechnungshof kommen kann und sagen, er hätte die Hundesteuer aber nicht ermäßigen dürfen. Wir können uns nicht darauf einigen, die Sachkunde verbindlich für alle Hundehalterinnen und Hundehalter einzuführen. Das ist eine Forderung, die Hundeexperten auch äußern. Dazu konnten wir keinen Konsens finden. Ich persönlich finde das ein bisschen schade, aber so geht Demokratie. Aber dieser Mix, meine ich, aus den Maßnahmen, ist ein guter Mix von Reaktion und Prävention, meine sehr Erachtens. Meine Damen und Herren, ich möchte mich bei allen bedanken, die jetzt mittlerweile über sieben Jahre lang sich um dieses Gesetz bemüht haben, darum gestritten und gekämpft haben, dass eben diese wissenschaftlich unsinnige Rasseliste aus dem Gesetz rauskommt und man tatsächlich Regelungen einführt, die auch tatsächlich geeignet sind, in den Sinn und Zweck dieses Gesetzes zu erfüllen, nämlich Gefahren, die von Hunden ausgehen können, vorzubeugen. Herzlichen Dank an die Anzuhörenden, an die Expertinnen und Experten, an die Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, auch an die Kolleginnen der CDU, die ich als sachlich sehr bemüht erlebt habe in den Debatten. Letzte Woche hat eine Hundetrainerin aus dem Eichsfeld geschrieben, diese Entscheidung jetzt sei der Beweis dafür, dass sich kämpfend doch lohnt. Und ich finde, es ist ein ganz guter Beweis dafür, dass Demokratie funktioniert. Es ist nur so, dass man eben sehr, sehr viel Geduld haben muss. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich an diesem Schritt sind. Ich bitte Sie alle, der Beschlussempfehlung der Gesetzesänderung zuzustimmen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.